Hallo, mein Name ist Jeremy Redneris. Willkommen bei unserer Screencast-Serie SOLIDWORKS entdecken. Konstruieren in 3D spart viel Zeit und verringert Fehler. Um Ihre Konstruktionsideen aber bis in die Produktionshalle zu bringen, müssen Sie zuverlässige und universell verständliche Produktions- und Fertigungszeichnungen erstellen. Daher haben wir diesen Vorgang mithilfe einiger großartiger Produktivitätswerkzeuge für Zeichnungen so schnell und angenehm wie möglich gestaltet. Mit SOLIDWORKS können Sie die Zeit, die zum Erstellen und Beschriften von Zeichnungen hochgradig detaillierter Teile und Baugruppen benötigt wird, signifikant verkürzen und dabei sicher sein, dass Ihre Zeichnungen wie erwartet aktualisiert werden, wenn sich die Konstruktion ändert. Mit SOLIDWORKS lassen sich detaillierte Zeichnungen schnell erstellen. Ein 3D-Modell Ihrer Konstruktion verdeutlicht alles Wichtige, wie das Teil aussieht, wie es funktioniert, wie viel es wiegt. Nur eines kann das Modell nicht so leicht. Vermitteln, wie es hergestellt wird. Dafür brauchen Sie eine Zeichnung. Doch wie kommen Sie von diesem wunderschönen 3D-Modell so schnell wie möglich zu einer einfachen 2D-Zeichnung? Nun sehen wir uns das einmal an. Nach Auswahl der Zeichnungsvorlage zeigt die Ansichtspalette die verfügbaren Ansichten des Modells, sodass Sie nicht raten müssen, welche die Vorder- oder Seitenansicht ist und der Arbeitsbereich nicht durch Dialogfelder überfrachtet wird. Ziehen Sie einfach eine Ansicht auf das Blatt und weitere Ansichten werden automatisch projiziert. Auch Mittellinien und Mittelkreuze werden erstellt und verschiedenen Ebenen zugewiesen. Einer der Vorteile bei einem 3D-Modell ist die isometrische Ansicht, die schattiert werden kann, um sie noch deutlicher zu machen. Diese bestimmte Konstruktion erfordert eine Hilfsansicht, damit Sie die Features auf der abgewinkelten Fläche ausarbeiten können. Obwohl diese Ansicht die korrekte Ausrichtung hat, können Sie sie mit etwas Konstruktionsfreiheit noch deutlicher machen. Sie sehen also, dass SolidWorks Ihnen die Flexibilität verleiht, mit nur sehr wenig Aufwand so viele verschiedene Ansichten Ihrer Konstruktion zu erstellen, wie Sie benötigen. Dasselbe gilt dank des leistungsstarken Schnittansichtsassistenten für Schnittansichten. Nachdem Sie den Typ der Schnittansicht, die Sie erstellen möchten, mit der Tab-Taste ausgewählt haben, lassen Sie die Schnittlinie einfach von der Geometrie fangen, um planare, versetzte oder ausgerichtete Schnittansichten zu erstellen. Bei Bedarf können Sie über das Pop-up-Menü mit Knicken und Offsets beliebige Komplexitätsebenen hinzufügen. Das Entfernen der tangentialen Kanten sorgt dafür, dass die Ansicht sehr viel deutlicher wird. Bei der Erstellung dieses Teils wurden Bemaßungen hinzugefügt, um das 3D-Modell zu steuern. Glücklicherweise können sie wiederverwendet werden, um Zeit zu sparen. Wenn Sie ein Feature auswählen, werden dessen Bemaßungen angezeigt. Manche Bemaßungen definieren jedoch eine Konstruktionsabsicht und keine Fertigungsinformationen. Daher können Sie diese Bemaßungen ausblenden, um Verwirrungen zu vermeiden. Ein weiterer Vorteil der Verwendung dieser Modellbemaßungen ist, dass Sie hier in der Zeichnung Änderungen vornehmen können und sehen können, welche Auswirkungen Sie auf die Konstruktion haben. Das ist ideal für Konstruktionsprüfungen oder wenn ein Kunde eine gezeichnete E-Drawings-Datei zurückgeschickt hat. Mit SolidWorks nehmen Sie die Konstruktionsänderung dort vor, wo es am sinnvollsten ist. Und die Auswirkungen der Änderung sind sofort sichtbar. Um dann sicherzustellen, dass Ihre Konstruktionsänderungen richtig übermittelt werden, zeichnen Sie, um sie hervorzuheben, einfach eine quadratische, runde oder Freihand-Versionswolke. Manche Bemaßungen definieren möglicherweise Features, die in einer bestimmten Ansicht schwer zu sehen sind. Und es wäre einfach deutlicher, wenn sie in einer anderen Ansicht gezeigt würden. Dies lässt sich einfach bewerkstelligen, indem Sie sie auf einer Ansicht ziehen, in der das Feature deutlich sichtbar ist und sie so lange verschieben, bis alles korrekt aussieht. Die Bemaßungen für die Achse der Getriebewellen sehen in dieser Ansicht möglicherweise besser aus. Also blenden Sie die Achsen einfach ein und ziehen die Bemaßungen darüber. Anschließend positionieren Sie sie mit dem Werkzeug für die automatische Anordnung automatisch neu. Dies spart eine Menge Zeit beim Löschen und Neuerstellen von Beschriftungen. Zum 3D-Modell hinzugefügte Symbole für Toleranzen, Form- und Lagetoleranzen sowie Oberflächenbeschaffenheit können auf der Zeichnung angezeigt werden. Auf der linken Seite des Bildschirms wird ein Teil der Bemaßungseigenschaften in der Bemaßungspalette eingeblendet, die eine schnelle Bearbeitung erlaubt. Toleranztyp, Toleranzwert und Toleranztext können hier geändert werden. Sie merkt sich zudem Ihre letzten Bearbeitungsschritte und hilft Ihnen dabei, vordefinierte Firmenstandards einzuhalten. Wenn Sie eigene Bemaßungen hinzufügen müssen, können Sie mit dem Schnellbemaßungswerkzeug die Bemaßung problemlos auf einer Seite der Zeichenansicht platzieren. Dies bedeutet nicht nur weniger Mausaktionen, sondern auch, dass Sie Features bemaßen können, ohne die Ansicht zum Einfügen der Bemaßungen verkleinern zu müssen. Trotzdem können Sie sicher sein, dass sie an der richtigen Stelle eingefügt werden. Es verschiebt sogar vorhandene Bemaßungen, um Platz für neue zu schaffen. Die Bemaßungspalette ist stets verfügbar, wenn Sie die Bemaßungen versetzen, neu ausrichten oder einfach neu anordnen müssen. Auch der Abstand kann mit dem Einstellrad Ihrer Maus mühelos angepasst werden. Mithilfe der Bemaßungspalette machen wir hieraus jetzt eine Referenzbemaßung und stellen dann die Details an dieser schrägen Bohrung fertig. Da wir ein 3D-Modell bemaßen, weiß Solidworks natürlich, bei welchen Elementen es sich um Durchmesser handelt. In der Kombination mit der Bemaßungspalette können Sie mit dem Werkzeug Schnelle Bemaßung von Solidworks Ihre Zeichnungen mühelos bemaßen, was enorm viel Zeit spart. Nachdem der Stil einer Bemaßung oder Ihre Toleranzinformationen festgelegt wurden, können Sie den Stil mit der Formatübertragung schnell und mühelos auf eine andere Bemaßung übertragen. Möglicherweise brauchen Sie eine Detailansicht, um einige kleine Features anzuzeigen. Durch Einzeichnen eines Kreises wird die Ansicht definiert, sie kann jedoch später einfach geändert werden. Wie stets in Solidworks aktualisiert sich eine Vorschau automatisch, sodass Sie genau wissen, wie das Endergebnis aussehen wird. Die vorhandenen Bemaßungen können in diese neue Ansicht verschoben werden oder Sie können neue erstellen. Denken Sie daran, was Sie hier eigentlich bemaßen, ist das 3D-Modell. Sie müssen sich also keine Gedanken über den Maßstab der Ansicht machen, Solidworks kümmert sich darum. Und nun nimmt die Zeichnung wirklich Form an. Wenn das 3D-Modell aus einem CAD-System importiert wurde oder wenn die Feature-Bemaßungen nicht dem entsprechen, was Sie für die Fertigung benötigen, können Sie das Ganze durch die Verwendung des DIM-Experts noch weiter beschleunigen. Diese Anwendung erkennt Features wie Bohrungsmuster und bemaßt sie auf intelligente Weise, was Ihnen eine ganze Menge Arbeit erspart. Sie können sogar die zu verwendenden Bemaßungen, Modellbemaßungen, Ordinatenbemaßungen, Schnellbemaßungen oder auch DIM-Expert-Bemaßungen beliebig kombinieren und dank dieser Schnelligkeit und Flexibilität die Zeichnung schnell fertigstellen. Ich weiß, dass in dieser Zeichnung immer noch einige Bemaßungen fehlen. Nichts kann vor dem Abzeichnen die manuelle Prüfung einer Zeichnung ersetzen. Doch Solidworks verfügt über Werkzeuge wie die Rechtschreibprüfung, den Designchecker und Vergleichswerkzeuge für Zeichnungen, die diesen Vorgang beschleunigen. Keine Zeichnung ist ohne Anmerkungen und Zeichnungsköpfe vollständig. Solidworks verwendet bekannte Textformatierungswerkzeuge, mit denen Sie Anmerkungen genau nach Ihren Wünschen gestalten können. Darüber hinaus können Sie beispielsweise benutzerdefinierte Eigenschaften, Symbole für Oberflächenbeschaffenheit oder Form- und Lagetoleranzen und sogar Hyperlinks einfügen. Wenn Sie über Standardanmerkungen verfügen, können Sie sie in der Konstruktionsbibliothek speichern und dann bei Bedarf benutzerdefinierte Anmerkungen Zeile für Zeile erstellen. Der Zeichnungskopf ist wahrscheinlich der wichtigste Teil der Zeichnung. Solidworks stellt sicher, dass der Zeichnungskopf korrekt ist, indem es die Felder mit Informationen direkt aus dem Modell ausfüllt. Sie sehen problemlos, welche Felder bearbeitet werden können und alle Änderungen werden auf das 3D-Modell zurückübertragen, um sicherzustellen, dass alle Konstruktionsinformationen immer auf dem aktuellen Stand sind. Und hier haben Sie Ihre Zeichnung. Einfach und schnell. Werfen wir zum Schluss einen kurzen Blick auf Baugruppenzeichnungen. Solidworks kann äußerst detaillierte Zeichnungen von Baugruppen einschließlich isometrischer Schnittansichten und Alternativpositionsansichten erstellen, die einen Mechanismus in Bewegung zeigen. Doch eine der besten Methoden zu verdeutlichen, wie sich eine Baugruppe zusammenfügt, ist die Explosionsansicht. In dieser isometrischen Ansicht sind die Teile nicht weit genug verteilt, da Sie jedoch mit einem 3D-Modell arbeiten, können Sie dieses Problem gleich hier lösen, indem Sie es einfach in eine bessere Ansicht drehen. Erledigt. Keine Explosionszeichnung einer Baugruppe kommt ohne eine Stückliste und Stücklistensymbole aus. Die Tabelle kann beliebig viele oder wenige Informationen enthalten, wobei sämtliche Daten direkt aus den einzelnen Teilemodellen entnommen werden. Sie können diese Tabelle zudem bearbeiten und die geänderten Informationen werden, wie beim Zeichnungskopf, auf das 3D-Modell zurückübertragen. Für Stücklistensymbole bietet SOLIDWORKS ein weiteres arbeitssparendes Werkzeug. Sie können die Stücklistensymbole mithilfe von vordefinierten Layouts und Magnetlinien positionieren, was den Vorgang beschleunigt. Sie können in der Größe angepasst und verschoben werden. Die Stücklistensymbole können die Magnetlinien von einer Magnetlinie zur nächsten fangen. Sie können auch entlang der Linie in gleichmäßigen Abständen angeordnet werden. So ist die Zeichnung nicht nur schnell fertiggestellt, sie sieht auch genauso aus, wie Sie es möchten. Danke, dass Sie sich diesen kurzen Überblick über die Produktivitätswerkzeuge für Zeichnungen von SOLIDWORKS angesehen haben. Es ist unser Ziel, Ihnen sowohl einfache als auch effektive Werkzeuge an die Hand zu geben, damit Sie sich voll und ganz auf die Erstellung hervorragender Konstruktionen konzentrieren können, ohne sich mit einem CAD-Werkzeug herumschlagen zu müssen. Weitere Informationen sowie weitere Screencasts dieser Serie finden Sie auf der SOLIDWORKS-Website oder bei Ihrem zuständigen SOLIDWORKS-Fachhändler in Ihrer Nähe. Mein Name ist Jeremy Ragnaris. Vielen Dank fürs Zusehen.